Startposition Schlägerkopf ist auf Kniehöhe, der Schläger zeigt hinten zum Boden und stehe seitlich zur Grundlinie. Schlage den Ball nun von hinten unten nach vorne oben. Den Schlägerkopf unter den anvisierten Treffpunkt bringen. Treffpunkt Beide Handgelenke sind stabil, seitlich vor dem Körper treffen und die Schlagfläche ist nahezu senkrecht. Endposition Der Schläger ist vorn oben in Schulterhöhe. Und wieder zurück in die Startposition Schaue bis zum Treffpunkt immer auf den Ball Neue Trainingsaufgabe Schlage 10 mal über das Netz ins Feld, zuerst von der T-Linie und wenn das gut klappt von der Grundlinie. Spiele erst mit druckreduzierten Bällen und nimm anschließend normale Bälle.